Hallo und herzlich willkommen zurück bei Carpe Diem. Mein Name ist Marcel Clementi und es freut mich voll, dass wir heute wieder gemeinsam Yoga machen. Heute ist es Zeit für deinen ersten Sonnengruß Surya Namaskara. Eine super Möglichkeit, um nicht nur beim Yoga aufzuwärmen, sondern auch für jede andere Sportart. Vom Tennis Match, vom Golfen, vom Wandern oder auch nach dem Wandern zum Cooldown, zum Dehnen der Hamstrings, der Oberschenkelrückseiten. Also, ich bin ein riesengroßer Fan, wie man merkt, nicht nur vom Yoga, sondern auch von diesem Sonnengruß Surya Namaskara. Und deswegen würde ich sagen, schnapp die Matte und los geht's. Wir starten heute in einem Fersensitz. So, du hast immer die Möglichkeit, Schneidersitz oder Fersensitz, je nachdem, was für dich angenehmer ist. Sollte diese Position unangenehm sein, kannst du entweder die Matte einrollen, dann wird es dabei die Knie ein bisschen weicher oder du könntest eine Decke nehmen und sie entweder vorne platzieren oder auch hier bei den Fersen. Und dann starten wir auch heute wieder mit fünf Atemzügen, um auf der Matte anzukommen, um vom Alltag loszulassen. Also, richte dich da mal auf. Schließ deine Augen, wenn es für dich angenehm ist. Ansonsten konzentrier dich auf einen Punkt vor dir. Und dann mit der Einatmung räum mal die Schultern hoch zu den Ohren, nach hinten. Mit der Ausatmung lass sie fallen. Und nimm die Atemzüge heute mal in deinem eigenen Tempo. Und dann mit der Ausatmung räum mal in deinem Tempo. Ein letztes Mal tief einatmen. Und durch die Nase ausatmen. Sehr gut. Öffne deine Augen. Und auch heute starten wir wieder mit den Handgelenken, Finger verschränken und gerade ein bisschen kreisen. Also, ich hoffe, bis jetzt habe ich das Yoga schon ein bisschen näher bringen können. Und heute werden wir das Gelernte eben in diesen Sonnengruß einbauen. Das heißt, der besteht aus diesem Vinyasa plus noch zwei, drei anderen Asanas. Und das macht dann den Surya Namaskar, den Sonnengruß. So, Surya Namaskar ist der Name in Sanskrit, in der indischen Sprache. Und ihr habt beide meine Yoga-Lehrer-Ausbildungen in Indien gemacht. Vor ein paar Jahren. So im Abstand. Zuerst ein 200-Stunden-Training Ashtanga. Das war ein Ashtangi zuerst gewesen. Und dann im Multistyle. Das habe ich in Goa gemacht. Das waren dann 300 Stunden. Sehr, sehr spannend. Also, ich werde versuchen, immer wieder mal ein bisschen Sanskrit in diese Yoga-Stunden einzubauen. Gut. Die Handgelenke sind ready. Wir gehen auf alle Viere und machen da gerade ein paar Mal Katze-Kuh, um die Wirbelsäule aufzuwärmen. Wir wissen jetzt, die Finger gespreit, die Arme schulterweit, Beine hüftweit. Mit der Einatmung Becken kippen, Brust heben, Blick nach oben. Mit der Ausatmung hin zur Brust, zu runterrücken, streck die Arme ganz durch. Einatmen, Becken kippen für dieses Hohlkreuz. Und dann zieh mal die Brust so weit, wie es geht nach oben. Schau rauf zur Decke. Ausatmen, Kinn zur Brust, runterrücken. Ein letztes Mal. Beim Ausatmen stell dir vor, es ist eine Hand zwischen deinen Schulterblättern, die du wegdrücken willst. Und dann wieder in eine neutrale Position. Sehr gut. Von da stell die Zehen auf, schieb den Hintern nach hinten hoch. Vielleicht kurz eine Bewegung, immer herabschauenden Hund. Ein Knie beugen und das andere. Arme fest durchstrecken. Und dann machen wir wieder viele kleine Schritte nach vorne zum Beginn deiner Matte. Beug die Knie, Kinn zur Brust und mit der Einatmung. Roll langsam hoch, Wirbel für Wirbel. Sehr gut. Wir starten mit dem Sonnengruß vorne auf der Matte. Du hast entweder die Möglichkeit, die Füße zusammenzulassen oder leicht geöffnet. Ich unterrichte das, ich sage da immer, jeder wir mag, auf Tirolerisch. Also jeder macht so, wie es für dich angenehm ist. Manche sagen die Füße zusammen, die Zehen zusammen, die Fersen zusammen. Mir ist einfach nur wichtig, dass du dich wohlfühlst und dass du einen stabilen Stand hast. Die Arme seitlich, das Kinn parallel zum Boden, vielleicht ein Lächeln im Gesicht und dann starten wir. Mit der Einatmung gehen die Arme da mal seitlich weit nach oben. Blick zu den Händen, mach die ganz lang. Mit der Ausatmung kommen wir in die Vorbeuge. Das heißt, wir lehnen uns da nach vorne. Das kann nicht so ausschauen. Das kann so ausschauen. Das ist ganz egal. Also ich habe mit Yoga angefangen, habe die Knie nicht einmal berühren können. Du entscheidest, ob du die Beine durchstreckst. Dann ist es ein bisschen intensiver oder ob du vielleicht beim ersten Mal die Knie noch etwas gebeugt lassen willst. Mit der Einatmung versuche, die Beine durchzustrecken und den Rücken in die Länge zu ziehen. Also eine halbe Vorbeuge. Mit der Ausatmung platziere die Hände auf der Matte. Steige nach hinten in den Stütz. Auch den haben wir uns ja schon gemeinsam angeschaut. Mit der Einatmung verlagere das Gewicht vor. Mit der Ausatmung gerne mit Hilfe deiner Knie oder auch ohne Knie langsam nach unten. Die Ellbogen bleiben bei dir. Chaturanga. Und dann liegen wir auf dem Bauch. Die Zehen ablegen. Fest auf die Matte drücken. Spann die Oberschenkel an. Mit der Einatmung heb die Brust. Kleine Cobra. In der ersten Runde halten wir da ein um den Rücken aufzuwärmen. Bleiben wir hier noch für fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Langsam wieder nach unten. Drück dich nach hinten in die Charles Post. Das heißt die Arme bleiben vorne und durchgestreckt. Und dann stell die Zehen auf. Schieb den Hintern nach hinten hoch herab. Schau nach unten. Und jetzt versuch mal die Beine nicht zu bewegen. Wenn du willst, kannst du die Knie gebeugt lassen. Der Blick geht nach hinten. Die Arme durchgestreckt. Konzentrier dich mal nur auf die Atmung. So tief durch die Nase ein. Und durch die Nase wieder aus. Und jetzt kannst du versuchen mit jedem mal ausatmen. Den Hintern noch ein bisschen weiter nach hinten hoch zu schieben. Dass der Rücken noch länger wird. Und vielleicht gehen die Fersen ja noch einen Zentimeter oder einen Millimeter näher Richtung Matte. Letzter Atemzug. Sehr gut. Und mit der nächsten Einatmung steigt zwischen die Hände vor. Mit beiden Füßen nach vorne steigen. Einatmen. Gerade Rücken halbe Vorbeuge. Und ausatmen. Ganze Vorbeuge. Jetzt die Knie leicht beugen. Das nimmt den Druck aus den Kniegelenken und aus dem Rücken. Ganz leicht beugen. Die Arme gehen seitlich wieder weit nach oben. Blick zu den Händen. Und ausatmen. Hände vor das Herz. Das war der Sonnengruß. Surya Namaska A. Sollte dir das jetzt ein bisschen zu schnell gewesen sein, dann schau dir entweder noch einmal Video 2 an mit dem Vinyasa. Oder geh nochmal zum Anfang zurück von dem Video. Weil wir machen jetzt noch eine zweite Runde. Ein bisschen flotter. Nur ein bisschen. Vorne auf der Matte. Ein aufrechter Stand. Mit der Einatmung. Die Arme seitlich weit nach oben. Blick zu den Händen. Ausatmen. Ganze Vorbeuge. Einatmen. Gerader Rücken. Diese halbe Vorbeuge. Du kannst die Hände gerne am Oberschenkel oder auf die Waden platzieren, damit der Rücken schön lang wird. Mit der Ausatmung die Hände auf die Matte. Steigt nach hinten in einen Stütz. Mit der Einatmung verlagert das Gewicht nach vorne. Und mit der Ausatmung mit Knie oder ohne Knie langsam nach unten. Lass die L-Punkt bei dir langsam, langsam als erstes büriert die Brust, die Matte. Sehr gut. Zehen auf die Matte. Einatmen. Hebt die Brust. Kleine Cobra. Vielleicht auch in die Cobra. Die Hüfte bleibt noch auf der Matte. Die Schultern nach hinten gerollt. Der Blick leicht nach oben. Und ausatmen in den herabschauenden Hund. Gerne über die Charles Puss. Los. Die Zehen aufstellen und nach hinten hoch. Auch hier wieder fünf Atemzüge. Eins. Die Finger spreizen. Die Hände fest in die Matte drücken. Zwei. Streck die Arme komplett durch. Drei. Mit jedem Mal ausatmen. Versuch mehr Länge im Rücken zu finden. Der Hintern geht nach hinten hoch. Vier. Die Fersen gleichmäßig in die Matte drücken. Und fünf. Der nächste Einatmung steigt zwischen die Hände vor. Gerader Rücken. Halbe Vorbeuge. Ausatmen. Ganze Vorbeuge. Und ganz leicht die Knie beugen. Die Arme seitlich weit nach oben. Blick zu den Händen. Und ausatmen. Hände vor das Herz. Also das war der Sonnengruß. Surya Namaskar. Eine großartige Möglichkeit. Denn um aufzuwärmen. Denn durch die Vor- und die Rückbeugen. Ist es super für den Rücken. Für die Wirbelsäule. Durch das Chaturanga. Kriegt man Kraft und Power. Und die Atmung hilft uns. Uns besser zu konzentrieren. Ich hoffe, dir hat diese kurze, knackige Einheit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Für Fragen stehen natürlich jederzeit zur Verfügung. Entweder auf Instagram. KBDM oder Marcel Clementi Yoga. Da findet ihr mich. Und dann freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Liebe. Pass auf dir auf. Und Namaste.